Willkommen zur letzten Folge dieser Sessione. Wir müssen hier seine verrückt gewohnten Soldaten jetzt irgendwie hier rausholen. Vielleicht sollte ich mal kurz noch mit Tanta reden. Vielleicht gibt er uns da noch einen Hinweis. Auf Ihrer Kommandung, Lieutenant. Okay. Nein, wie sollte das jetzt nicht geklappt? In dieser kurzen Zeitpunkt immer, finde ich echt nice. Nein, nein, nein. Wie sieht denn unser Internet momentan aus? Ja, gut. Ihr uniform threw me off, Sir, my mistake. It's fine, Corporal, stand down. Listen, Corporal, this is gonna come as a shock. The war is over for you. We're in Ophir, in an exchange warehouse, hundreds of clicks from the front. So put your weapons down before you hurt someone. You're sick. All of you are sick, but we're here to help. Drop our weapons? I don't think so. You're nothing but an Aurora spy. Why? Your story is about as believable as that uniform. There is a war raging here and no lieutenant of abundance would tell us to stand down. Kill him! Hätte ich vielleicht nochmal mit dem Quartiermeister sprechen müssen? Scheiße. Aber das Komische ist ja, ich töte die ja nicht, weil ich sie ja nicht ausbluten lasse. Also, hey, eigentlich ist das auch so ein bisschen widersprüchlich. Oh, jetzt hab ich nicht gesehen. Arztmantel stand da irgendwie heute. Kommen wir jetzt eigentlich auch irgendwie hier vorne raus? Ja. 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 Dankeschön. Hi. Lieutenant, wie kann ich dir helfen? Ich habe deine Probleme, Quartermaster. Ist das so? Und wie geht es? Kein Leben verloren. Aber wenn wir eine Antidote an der Drogen finden, ich glaube, dass diese Menschen ein Tag sehen, außerhalb der selben Leben sehen. Danke, Lieutenant. Wir verdienen dir einen. Ein Freund meiner Arbeit auf den Tests hat uns eine Sample, und wir sollten uns eine Antidote damit machen. Eventually, ich hoffe. Gib mir die Sample. Ich weiß jemanden, die wahrscheinlich finden kann schnell. Danke, Lieutenant. Wenn er zufrieden wird, wird er uns viel zu helfen. Hier, mach das! So, holen wir uns erstmal wieder einen Erfahrungsboost. Ist das eigentlich kürzer? Nicht wirklich. Da ist in der Sackgasse. Ähm... Bumm. Erstmal wieder runter. Scott. Okay. Wir könnten rechts runter, wir können auch hier links runter. Wieso hat er denn jetzt eigentlich schon wieder mein Name nicht aufs Atmen gewechselt? Verstehe ich nicht. Wieso hat er denn jetzt eigentlich schon wieder mein Name nicht aufs Atmen gewechselt? Ich glaube, als nächstes werden wir vielleicht auch mal bei diesem Händler-Ding-Punkt investieren, dass wir halt billiger einkaufen wahrscheinlich auch teurer verkaufen können, weil Serum... Zumindest war es bei Mars Warlocks so, war eigentlich relativ insgesamt rar, möchte ich sagen. Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen eigentlich? Nee. Okay. Jetzt hier. So, Scotty, du Hottie. What's that? Ah cool, dass die Lichter an den Spindern dann auch ausgehen, damit man gleich so weiß... Ah jo. Da brauchst du nicht mehr Lucky Lucky machen. Stufe 3. Das ist ja auch eine schicke... Klinik hier. Hey, Junge, ich habe ein Favorit zu fragen. Ich habe etwas verloren. Was hast du verloren? Was? Uh... Ich habe eine Sache gesagt. Oh, ich bin sorry. In fact, es ist über ein Freund. Charles. Du kennst Charles? Du kennst Charles? Nein, du kennst. Du kennst ihn nicht. Du kennst ihn nicht. Anyway, Charles ist ein Freund. Ein Wissenschaftler-Ding-Punkt. Er war viel mehr erfolgreich als ich, muss ich sagen. So, er ist ein Freund. Und ich habe ihn verloren. Es sieht aus, dass er sich nicht erinnert. Und ich bin ein bisschen Angst. Ich weiß, dass er etwas sensitive Forschung war. Important. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Okay. Ich bin ein Freund. 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 Danke, Scott. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Wie gut geht denn? Ähm... Achso, nee, das ist ja gar nicht hier außerhalb der Karte. Das ist ja hier. Okay. Hey there, I'm looking for Charles Seeker. You know where I could find him? Hmm... And you are? Zachariah Manser. Professor and I have a mutual friend who's... Worried about him. I know the feeling, haven't seen him for days. I'm Veronica Seeker, the professor's assistant. I got a message informing me he had taken an impromptu vacation, but... It's not like him. He didn't even like to sleep, said it just wasted time. Even more unlikely in the middle of the research he was doing. Yeah, seems a bit off, doesn't it? Professor was supposed to start some research with a friend of mine as well. I'm sure he'd already started work on it before leaving. You know anything about it? I, of course, know the subject of his investigations, but... As the one you're interested in has yet to be completed or published, I can't help you. If you're concerned that the message wasn't really from the professor, did you report his disappearance? To the authorities? Of course not. The authorities, Mr. Manser, have far more pertinent issues than this, which I'm sure will work itself out in time. Now, if you'll excuse me... Eh. It's a damn shame. I have to admit, I would have loved to meet the man myself. Heard so many great things. Even read his work in genetics regarding the origins of the primal selfier earth things with abundance. I'm really a man. And the truth is, he would have been just as interested in meeting you. Technomancers fascinated him, though I'm fairly certain he'd never met one who had ever read his publications. I'm afraid the professor's vocal railings against the ASC and their ceaseless power grabs might have finally come back to bite him. He would even preach to his colleagues and the listeners at conferences. I would give anything to be wrong, of course. But hope is oftentimes incongruous with reality we must come to face. That's one good looking woman. Too bad, she's only got eyes for her professor. Your girls seem so sad. Lieutenant, why are we investigating the professor's disappearance? The captain never discussed it. It's not our order. I've been working on something that'll help us in the long run. Something really important. I don't know how it's connected to this, but it is. You're gonna have to trust me. Oh, I get it. You just want to solve the case on your own. I got your back, Lieutenant. You are going to see it for me. Come here. You're going to see it for me. There to be a strong horse. I can walk your way. That's my noise of restraint. My brother is going to find it for better to stop it. Ich hoffe. Entschuldigung, Scott. Du hast recht zu beschäftigen mit deinem Freund. According zu seinem Partner, es scheint er Probleme zu haben. Er war ziemlich kritisch für die Corporation. Und du weißt, wie gefährlich es heute ist. Wie verrückt! Wie verrückt er war! Er sollte nur mit seiner Forschung erholt werden. Wie verrückt er mit politik. Er war ein sehr guter Forschung. Er hat reale Progresse auf den Settler genetischen Origins. Wie schuldig. Und diese schuldige Frau, die sich überrascht hat. Ich dachte... Wie könnte... Was passiert? Ich weiß, dass ich viel von dir fragen werde, aber ich frage mich, ob du... Du könntest weiterentwickeln. Du bist jemanden wichtig. Du kennst viele Leute. Sie können dir sagen, ob die Geronika's Begriffe sind. Ich kann wahrscheinlich mit meinem Kapitän sprechen. Ich bin ein paar Begriffe sind. Oh, danke. Danke sehr. Ich möchte sicher sein. Ich glaube, dass du musst, dass du den nächsten Forschung erholt hast. Ich glaube sehr, dass... Besides, was er gesagt hat, er hat etwas gefährliches gefunden. Die ASC. Die Thugs. Wir müssen nicht auf ihre Hand verlassen. Die Risiken sind zu hoch. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich wüsste, dass Veronica mir die Dokumente zu geben wird. Ich sage jetzt nicht, wir müssen wieder zu ihr zurück. Ähm... Ja, doch. Ich frage mich, ob diese Behälter nach einer gewissen Zeit wieder gefüllt werden, oder ob die dauerhaft dann leer bleiben. Ich frage mich. Sie müssen die Gefühle machen. Ich frage mich. 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 Ich frage mich, was ich für einen Dokumente zu vermissen. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Es ist einfach nicht meine Arbeit, Zachariah. Na klasse, da kommen wir also momentan nicht weiter. Haben wir denn hier noch irgend... Ach ja, mit ihm können wir auch wieder talken. Das wird aber wahrscheinlich eine kostspielige Angelegenheit. So, müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt rennen. Ach shit, das zeig ich den. Egal. Nicht, wir können an dieser Stelle jetzt auch erstmal das Aufnahmepulschen machen. Dann gehts hier das nächste Mal bei der Spitze mit der Gemälde ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.